Hakuna! Bon Reis-Muchachos! Und herzlich willkommen zurück zu Reimow's XC. Tranked hier bei den Losers. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir zocken heute auf Coastline. Zusammen im T-T-T-T-T-Triple-Squad. Mit Nugi und Jeremy. Hallöchen. Hallo, was geht? Ich grüß euch. Elalalalalalalalalalala Ja 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 ja. Ja 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 ja. Let's go. Ah okay. Ich bleibe glaube ich hier bei Hooker. Bleibe ich bei Asami. Ah scheiße in Kitchen ist auch Asami. Ne ich wechsel danach. Nächste andere Spots gehe ich auf Skopos. Da ist ne Frost dabei. Die müsste eigentlich die Rotations machen. Dann muss ich dafür keine Contact Nates basen. Loll, Jeremy hat ein Disconnect. Nein. Einfach ein Scherz. Neck dir nicht die Eier, Alter. Nachricht gelöscht, dankeschön. Können wir nächstes Mal auch gebannt werden. Big Man, wir nehmen weg. Sooo, kommt hier schonmal Samy hin. Ich bin gespannt, ob der Frost mit dem Mobile Shield eine Frost Crap, also dem Kollegen da rein springt. Frost, can you give us Rotation? Boah, geil. Oh mein Gott. Ja? Schmeckt. Schmeckt. Okay. Er macht mir wohl keine Rotation, dann muss ich das selber machen. Dankeschön. Oh. Sophia Get Shot of Wasten für eine Barrikade. Oh mein Gott, ob das ist was? Braver. Braver. Ja doch, Kapkan muss auch raus. Kapkan hat ausgelöst. Da will ich nicht hin, man. Aber ich habe den Sound gar nicht gehört, dass Kapkan ausgelöst hat. Booker Window. Booker Window ist weg. War ne Pieper. Jungs, Deko, die sind hier schon irgendwo inside. Was heißt inside? Ah! Wir sind inside. Onside. On A. Direkt in der Bombe. Ja. Oh mein Gott. Ey. Die sind schon zu zweit. Und Hooker. Nein. Nein. Oh, Digga. Nein, was macht der? Digga! Das ist schon wieder. Ja. Es kann schon gut werden. Alter, auf einmal sehe ich, kommt ihr Kopf vor mir hoch. Das ist nicht gut. Also, Nuki hat gerade gefettfigert. Da war der Finger ganz schön dick, ey. Fetter Finger. Ich brauche einen Booster. Ich brauche einen Booster. Ähm. 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 Ich weiß doch nicht, wie ich da rausgekommen bin, Alter. Muss mal die... die Kamera wegmachen auf. Und das sonst... Boah. Naja, 5 ist ja eigentlich relativ weit weg von dem 2. Ja, aber ich habe auf R gedrückt und dann kam auf einmal... Ich weiß nicht, wie mein Finger von R auf 5 kommt. Ah, die hat mich gerade gefickt. Der eine, die Sophia hat mit ihrem zweiten... Scheiß Explosive-Ding, mein Asami-Dings weggemacht. Der zweite hat direkt schon durchgesprayt. No joke, meine Katze sieht immer so mächtig stoned aus, wenn die gepennt hat und auf einmal aufwacht. Und dann kann ich eel Für die aufwachen. Why! Zwei Drohnen, komm! Niemals. Boah, drei Drohnen weg. Mein Problem war halt gerade, ich musste mich hier mittig vor dem Asami-Ding platzieren. platzieren, weil ja hier auf A schon jemand war, sonst hätte ich hier hinter gesessen, in der Ecke. Wo sind die, sind die? VIP waren zwei drin. Die müssen ja durch Aqua irgendwie durchgekommen sein. Es war ja gerade schon jemand auf A, ganz am Anfang. Da hat ja der Downfall begonnen quasi. Hit this guy fall. Was? Why? Recruit, what the fuck? Oh mein Gott. Wo war das? Bei mir hier, Hilfe. Ja, bin tot. Wo bist du? Ich bin gerade in DJ Booth. Okay. Ich bin gerade reingegangen und dann ist der Breach aufgegangen. DJ Booth ist VIP oder was? Boah, wie heißt denn der Boomstar? Äh, VIP genau, sind zwei Leute drin. Zero und Ash. Two guys in VIP. Zero ist im Flur? Die Ash kommt jetzt auch im Flur. Und es kommt noch jemand in VIP. Äh, Capitao. Capitao kommt vor, Deko. Zero out. Ja okay, die kam aus dem Theaterraum raus. Schön. Diana war Theater. Jetzt in 90. Warte, bleibt da Deko, bleibt da. Ich kann die callen, wenn er durchkommt. Wer war das? Blitz? Er kommt, er kommt. Ja, na ja, na ja. Ja, na ja, na ja. Jetzt zurückgegangen? 90 wieder. 90. Geht wahrscheinlich über Aqua, ja. Da ist ne Capcan Trap, da ist ne Capcan Trap. Hoffentlich noch. Da ist ne Capcan Trap. Nein, sie ist nicht mehr da. Sie hat sie gesehen, stimmt. Wow. Das war nicht so schlau. Das war smart. Bleibt einfach. 90? 90? Die läuft wieder 90, ja. Drohnt. Und die Kamera nach vorne. Drohnt, 90. Achso, ja. Gut. Wie kommt jetzt? Pushing. Sehr schön. Schön. Schön, Deko. Gut gemacht. Darauf erstmal Monster Ossi Lemon, Junge. Quadrakill. Aber die waren da auch im Gang gerade, alle drei auf einem Spot. Ich hab Ash und, ich glaub, Gridlock war das fast zusammengekillt. So, ähm, jetzt nehm ich Skopos, hab ich gesagt. Ja. Das Ding ist, eigentlich gammel ich immer mit Asami on Kitchen, das heißt, das Roman bin ich hier nicht so richtig gewohnt. Was nehm ich? Was nehm ich? Boah. Mal gucken, ne? Mal sehen, mal sehen können hier. Muss auf jeden Fall jetzt schnell wieder abhauen, sonst nehm ich die wieder Brava. Abhauen, 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 Abhauen. Nein, die wissen, dass irgendwo ich... Die wissen, dass ich, äh, Dings bin, Kapkan. Lass ich meinen Skopos klonen hier on Spot. Hier an der Ecke vielleicht, würde Sinn machen. Auf der anderen Seite block ich vielleicht auch irgendwem seinen, seinen Defense-Bot hier. Ich mach das. Krass. Und dann geh ich nach oben. Rollst du, Deko? Ja. Gut. Weil das ekligste ist, wenn sie hier mit Ram oben ganz weg aufmachen, das versuche ich mal zu verhindern. Ob das klappt? Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall der Jagdroboter hier. Ram ist schon oben. Ja. Am Big Window ist Ram. Ja. Leute, bei mir. Scheiße. Bei mir im Bar, Sunrise. Ja, hab ich. Gut. Ja, weg. Nein, ah fuck. Nein! Hinter der Bar, Sunrise. Das ist die Ash. One on ping, one on ping. Ash in Sunrise. Die. Shit. Vielleicht kann Deko mich noch saven? Ja. Was ist das für eine Animation? Es ist ein Goyo, wenn dann. Please. Please help me. Ach so. Nein! Ah shit. Ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Ja. Bottet bei Scan. Scheiße. Einer ist Service und einer ist über Kitschmino reingelaufen. Schön. Weiter ein Spot. Ist der halt draußen? Vermutlich. Vermutlich. Ja, ist er. Ah. Die hatten schon wieder wahrscheinlich eine Cam irgendwo. Ich wurde gepinkt. Hä? Nee, hatten sie nicht. Woher wussten, dass ich da bin dann. Hey, aber. Echt. Wie können denn on spot alle sterben einfach? Ich hab Nubi geholfen. Du warst hinter mir, ne, Jun? Ja, ich war hinterm Schild und hab aber nicht bedacht, dass ich so einen Kackwinkel hab, dass sie mich vom Kitchen Window bei dem Schild abschließen können. Unlucky gewesen. Okay. Zum Glück bist du nicht gestorben, als du Dings hier, äh, ähm, jetzt ist der auch weg. Also ich muss sagen, ich hab, ich fand eigentlich, ich hab mit Scopus da einen ganz guten Job gemacht. Ich hab die Ram davon abgehalten, oben Action zu machen. Mhm. Ja, es sind halt Nubi, Nubi und Duzer beide gleichzeitig quasi down gegangen, ne? Ja, ja. Aber die Spiele waren krass zusammen und ich... Ich würd gerne wissen, woher die wussten, dass ich meinen Spot gewechselt habe. Wobei vielleicht, die hatten ja eine Drohne in, 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 in Bar, da wurde ich ja markiert. Die Drohne einfach gesehen, dass ich rübergewechselt bin. Das wird's gewesen sein. Vor Sunrise Bar, da? Ja, ja, dieser Uber. Ah, okay, okay. Ja, ich hab die Ashe noch geholt. Mhm. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja, ich sterbe. Ähm, aber da wurde ich markiert. Wahrscheinlich war eine Drohne, die hat gesehen, dass ich weggewechselt bin. Was ist immer noch hier? Die Valkyrie. War das aufm 3er pink oder was? Aufpassen. Ja. Oh. Ja, aufm 3er pink ist die Valkyrie. Warte, die ist immer noch hier. Eine Ecke steht sie. Habe sie, Deko. Schön. Pass auf, VIP kommt, glaub ich, was? Ja, VIP, on ping, Jäger. Die schon in Kessel sind uns fort. Wo ist er? Fabin? Äh. Schön, schön. Jetzt ist VIP clear. Können wir unseren Mädchen überleben? Warte mal, ich lauf hin. Liegt der outside? Ja, der liegt outside. Ansonsten, VIP ist gerade clear, aber hier ist die Wand offen. Pass auf. Oh mein Gott. Oh, ich hab ihn gesaved und dann kam genau in dem Moment Kammer. Da war gerade ein Kopf. Schön. 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 I'm drowning. Wait. Hinter uns, Deko hinter uns. Last one in Penthouse. Planted, planting. Last one Penthouse. Hm. Nein. Nein. Nein, T. Jo, er hat ihn. Schön. Schön. Alter, ey. Ich finde, das Aim läuft gerade. Dass ich diesen kleinen Kopfpipsel darüber gesehen habe, es freut mich wieder. Aber auch schön von Jeremy gemacht, dass er die beiden Dudes da in Penthouse geholt hat. Das war schön zusammengespielt. Ja. Hat gut geklappt. Okay, 2-2. 2-2. Ist gut. Wieder Poolside, wieder Grimm. Was zum Fick. Ah, stimmt. Ich hab mehr... Da hab mir so ein bisschen Katzenhade auf den Kopf gefallen. Was zum Teufel, ey. Da, di, da, 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 da. Ja. Vielen, vielen Dank, by the way, gerade an Lishi, für 15 Subs in die Community. Vielen, vielen Dank, Küsschen geht raus, für deinen Support. Alter, ich trinke gerade das Monster, Ossi Lemonade, das ist ja, das ist ja geistbrank geil. Was ist das? Ist es neu? Ne, ich glaube nicht. Aber es, das, das schmeckt richtig krass nach. Wäre jetzt gedacht. Arsch. Lemonade. Arschwasser, oder was? Ja, genau. Hier, aber er ist nicht neu, sagst du, ja? Ne, ich glaube nicht, dass er neu ist, oder? Wie sieht der aus? Welche Farbe hat der? Ist der mit oder ohne Zucker? Äh, der ist jetzt leider Gottes mit. Der hat so Octopus, unsere Unterwasserwelt drauf. Octopus, Octopus. Schmeckt einer Fanta? Blue Bar? Ne. So. On Blue Bar, on Pin, aiming to, 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 to Vibes. Ich habe keinen vergleichbaren Geschmack. Arschwasser? Ja. Arschwasser. So, so. Es wetter. Okay. Abgehauen. Security. Da ist Clear, da ist auch Clear. Schade, war da ja kein Hitter. Hm? Was? Jetzt noch, oder was? In Blue Bar war was? Blue Bar. Die Melusi, die Melusi war in Blue Bar. Okay, du warst hier. Hab sie. Äh. Oh mein Gott. Blue Bar ist hier drüben, wo ich bin. Wo du bist, ist Sunrise Bar. Ach so, sorry. Äh, Sunrise. Sorry, sorry, sorry. Die lag hier hinter. Oben sind Steps. Ich hab den... hier. Digga, diese Waffe, Alter. Oh mein Gott. Ich hab's. Ninety Hallway. Kann sein, dass er schon weg ist, ne? Ninety Hallway oben, oder was? Nuggi. Ja. Wurde weggebounced. Digga! Ey, Nuggi! Was? Ich hab dreimal gefragt. Oben, oder was? Ja. Meint die Hallway oben, oder was? Der war oben. Ja. Jetzt bin ich tot. Aber ich hab doch ja gesagt. Hast du nicht? Äh. Hä? Frost. Frost war grad nach oben. Nuggi, ne? Auf nem cool Vibes der ist. Auf links, was gehört bei dir? Bei mir? Nee, bei Nuggi. So. Nehmen wir noch ne Drohne. Wir sind beide On-Spot. Haben sich grade gehealt. Ey, hoch, hoch, hoch. Nein. Direkt nach Window. Kitsch Window. Rechts. Ja. Hä, wo war'n der da? Ey, Digga. Ich raff's einfach nicht, ey. Ich raff's. Ich raff's nicht, ey. Ich raff's nicht, ey. Ich raff's auch nicht. Ja, bei dir war grad die Situation scheiße. Auf beiden Seiten, links und rechts. Und dann auch die, die Wand dann in der Mitte offen. Aber. Ja, ich frag Nuggi dreimal. Oh, ich hab doch gesagt. Und ich sag's sogar noch. Nuggi 90, oder was? Oben, oder was? Ich bin der Meinung, du hast auch zu spät geantwortet, Nuggi. Es kam gar keine Antwort, bis ich tot war. Ja, ich glaub, irgendwann hat er gesagt, ja doch, er oben. Aber die Antwort kam einfach zu spät. Echt? Also das will ich mir, das, das muss ich mir nachher nochmal angucken, ey. Äh. Also. Hm. Vor Deko hab ich gesagt, Nuggi, da oben. Aber 90 Hallway ist doch eigentlich nur oben und nicht unten. Ja, ich wollte mal nachfragen. Weil ich hab Steps oben gehört, einfach mal nicht sicher. Ich dachte die ganze Zeit, du arbeitest unten in Sunrise Bar. Deswegen dachte ich so, hä, wieso kommt jetzt ein Hallen 90 zu oben? Ich war oben in Master Bedroom. Den hab ich nicht gesehen. Master Bedroom. Ja, ja, ja. Dankeschön nochmal für den kranken Support, Lishi, Alter. Während wir hier zocken und ich mich aufrege über Nuggi, den nochmal 30 Subs reingebrettert. Ganz, ganz fettes Dankeschön. Sind oben. Vakery, okay. Okay, also wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie in eine Verlängerung kommen. Das wär jetzt echt scheiße, wenn wir die Runde verlieren. Ohhhh. Okay, das Comeback des Jahres. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, doch es ist machbar. Ein Castle diesmal. Greifst du wieder auf Sunrise Penthouse an? Ich? Nee. Achso. Achso, ja, kann ich machen. Dann helfe ich Nuggi-Code eigentlich. Digga, unsere beiden Mates sind dann einfach richtig, richtig useless, ey. Hä? Ach. Vakery im Valkyrie. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Ich hab leider keine Reaching-Charges dabei. Okay, warte. Ich versuche irgendwas zu machen. Oh shit. Die Tür zugemacht? Fenster zugemacht. Zu Garten. Auf dem Fünfer-Ping ist die Valkyrie. Genau auf dem Fünfer-Ping? Ja. Nein! Ey, Smoke ist in... Smoke ist auch in Hallway da. Ey, ist das bitter. Smoke war wo? In Hallway. Der ist in den Raum dann reingegangen, da neben dem, wo ich war. Kino, oder? Ich weiß nicht, wie diese Räume heißen. Die Zimmer heißt da hinten. Ja. Wo ich gepinkt hab. Shotgun. Alter. Das ist... Okay. Schön. Die Valkyrie konnte noch kommen bei dir auch. Die ist nicht mehr hier. Hier unten ist was. Dreier-Ping. Aber das interessiert euch grad eh nicht. Nein. Ja, hier Outside ist was. Ist genau uns Bot. Hier wurde was geschmissen gerade. Hier ist ein C4. Äh, C4 hab ich blöd. Einer ist auf jeden Fall in den Camps von denen. Ich hör genau rechts was von mir, Deko. Also, Dreier-Ping auf der anderen Seite. Ja. Ne. Ich weiß nicht wo der ist. Na, mit Shotgun. Hinten. Ey, Junge! Puh. Dega, es ist so schade, Alter. Ich... Das... Äh... Ich hab wieder eigentlich, finde ich, gar nicht so schlecht gespielt. Aber... Es ist einfach trotzdem... Wir verlieren. Ja... 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 Ne, die beiden Dudes kann ich nicht ordern. Muchachos! Aber... So kann es laufen. Da strengt man sich an. Da läuft es gar nicht so schlecht. Aber... Es klappt einfach nicht. Das Team macht nicht mit. Es zieht nicht. Irgendwas fehlt auf jeden Fall, was euch gefallen hat. Daran noch oben schmettern. Beschreibung auschecken. Dann sehen wir uns hoffentlich. Bei mir ist es wieder mit einem Win-Over. Ciao, ciao!